So meine Freunde, wir sind hier wieder zurück vor dem Kleidenschiff. So, 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 äh, 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 akupunktur. So ja, das können wir alles lassen, das sind so unsere Heilsachen. Jetzt gucken wir hier mal unsere Schaden und aja, willkommen hier zu Neo. Und ja ihr wisst schon, wir sind da das letzte Mal vorm Schiff gelandet. Und wir wollen jetzt hier gucken, was wir gegen diese, der da hier so drin, was uns da so erwarten wird. Und wir gucken jetzt, was dieses Geheim-Sagen-Böger-Dose-Stalter-Leber-Kommher. Brauchen wir nicht. Wir brauchen nämlich, obwohl wir lassen das mal. Und das auch. Wir haben sonst eh nichts, was so wirklich Schaden macht, oder? Das ist schon okay. Das lassen wir so. Und deswegen gehen wir jetzt. Die Kissen hier kaputt machen. Und dann laufen wir wie ein legendärer Samurai hier rein. Mit welcher Haltung sehen wir cool aus? Dum, 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 dum. Ja, wow. Und Ryoki kommt einfach nochmal. Das ist ja totally blöd. Denn wir vernichten den jetzt einfach der Erste. Ich weiß gar nicht mehr, was das alles drauf hatte. Lock, 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 ich mach mir das jetzt. So. Schaden machen wir den jetzt schon mal gut. Deswegen ist das hier alles kein Problem. Das macht ihr gleich in deine Drehung bestimmt. Aua. Jetzt muss man aufpassen. Einmal heilen, bitte. So, kein Problem. Warm, jetzt haben wir den seine Dinger kaputt gemacht. Jetzt wirft ihr mit dem, mit den Dingern da nochmal nach unten. Jetzt macht ihr doch immer diese Sprünge. Hallo. Hallo. Was voll. Uh. Der hat nur so getan. Aua. Der Wicht hat nur so getan. Was macht denn der? Ich geh nicht mit den Akkampf. Ich kann voll vergessen. Hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Was macht denn der? Hallo? Ui. Wenn ich hinter ihm stehe, dann rafft er das nicht, oder was? Au. Au. Hä, was macht denn der? Ist ja langweilig gegen den so zu kämpfen. Ich dachte, jetzt kommt dicke Action oder so. Hier, ich schmeiß das Ding nach dir. Hallo. Hallo. Ich muss die jetzt wirklich vor seiner... Hallo? Hallo. Oh. Der Sack, Alter. Der erschreckt mich voll. Das ist ja langweilig gegen den so zu kämpfen. Hallo? Kannst du mal aufhören, dumm zu sein? Ich möchte gegen dich kämpfen. Kämpfen. Ich möchte gegen dich kämpfen. Ich möchte gegen dich kämpfen. Ich möchte gegen dich kämpfen. In cool. Mann, der ist total langweilig. So. Hm. Was machen wir jetzt gegen? Wir schießen jetzt da drauf und dann... Nö. Ich mache jetzt hier gemütlich die Kisten kaputt. Denn das Vieh ist total dumm. Der macht dir gar nichts. Jetzt guckt ihr gegen die Wand, sodass wir... Oh, Mann. Das ist total doof. So, jetzt überlegen wir uns übelst den coolen... Ja, ich weiß schon was. So. Du möchtest gegen mich kämpfen. Sie werden keine Chance gegen mich haben. Denn ich... Bin der legendäreste Samurai, der alles lieben lande. Zwielichtswandler. Ja. Das war... Superschwer. Die zu bekämpfen, das war... Wow. Also... Pfff. Ich hab gedacht, hey, ich... Ich, ich... Also ich... Äh, ich... Äh, äh, und dann ich... Und dann, äh, ich... Und, äh, äh, ich... Und, äh... Äh, 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 äh... Das war total billig. Billig. Das war total billig. 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 Hallo, ich bin der Billig. Und da haben wir auch noch nur... Dreck. Dreck. Bekommen. Dreck. Hier, guck dir das mal an. Fächer. Das ist alles totale Scheiße. Was kann ich da machen? Feindradar. Warte, der Fächer ja genau schaffsgespült. Oh, ihr Blitzschutz braucht man eigentlich nicht so überlebte Waffe. Ja, das ist auch viel cooler. Schusswaffen... Schaden... Schaden... Reduktion... Ja, doch. Das ist auch nicht schlecht. Hm. Glück. Glück ist cooler. So. So wie hier. Da müssen wir so derbstes Ding ist. Können wir nicht eintauschen. Elementar Angriffsschaden. Sorry, das können wir leider nicht eintauschen. Sorry. Ja, das war jetzt natürlich super legendär. Zusammenfassung. Rufpunkte, 11 und 12. Ach. Ups. Ich habe hier ganz vergessen, dass es hier noch voll die Sachen gibt, die wir machen können. Glück. Glück ist natürlich sehr gut. Das können wir immer nehmen. Oh shit, das ändert sich hier. Oh nein. Oh nein, Haltbarkeit belebt. Oh nein. Bisschen wie Yokai Schulz, Haltbarkeit belebt der Waffen. Das können wir natürlich machen. Das können wir machen. Ja. Amrita Bilanz. Yokai Schulz. Amrita brauchen wir. Ach man, das habe ich ganz vergessen. Titelliste. Bringt uns das Jungs. Rufpunkte plus 5, Rufpunkte plus 10, 20. Die Meister. Ach, das gibt uns jetzt jedes Mal Rufpunkte, wenn wir hinter so ein Dings erledigen. Skelettkriegertöter. Was haben wir noch? Spieldaten. Ja, das ist so interessant. Äh, 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 äh. Was ist das? Verstehe ich nicht. So, was haben wir hier noch eigentlich? Hier, Fähigkeitsanpassung. Nö. Personen. Haben wir nichts Neues hier. Dazai, Gott der Himmel. Dazai, Gott der Himmel. Vor langer Zeit starb in Bitsen auf Kyushu ein ehemals mächtiger Minister. Der Unschuldige dorthin verbannt worden war. Nach seinem Tod suchte ein Unglück nach dem anderen die alte Hauptstadt heim. Der zornige Geist des Ministers wurde als Ursache des Übels ausgemacht und man errichtete in Dazai einen Schrein, um ihn zu besänftigen. Den großen Dazai, den großen Dazai-Fu-Ten-Mangu-Schrein. Jedoch in mehr, äh, immer mehr, äh, äh, geil, nein, ich bin zu blöd zum Lesen gerade. Nun findet man dort keine Spur mehr von jenen, die einst den Gott des Schreins verehrten. Der Ort ist seinem Schicksal überlassen gewinnt. Ja, super, wir haben jetzt hier gegen einen super billigen Boss bekämpft, der super billig war und deswegen finde ich das Ganze sehr billig. Und weil es billig ist, äh, kann man sich das kaufen, weil es gut und günstig ist und weil es halt billig ist und genau. So, was haben wir jetzt hier bekommen? Super tolle, da ist was komisch. Der gespenstische rote Himmel ist aufgeklarrt und er herrscht wieder Frieden. Es herrscht wieder zu blöd, äh, und es herrscht wieder Frieden in diesem Gebiet. In diesem Land scheinen die Dämonen bei Zwielicht unterzustreifen. In der Überzeugung, dass ein noch erbitterter Kampf wartet, habe ich den Ort verlassen. Super, da können wir noch nicht hin. Und ich würde sagen, die neue Region, da gehen wir in den nächsten Part. Deswegen machen wir jetzt so ein bisschen so Stufenaufstieg und alles was mit, ähm, Level und so Zeugs so, hier zu tun hat, Sachen hier. Eventärまあ, äh, 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 ich leide hilfee das können wir wohl wegschmeißen wir haben nämlich hier haben wir haben nämlich hier wo haben wir es denn hier hier super 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 da 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 so alles hier raus raus hier aber raus so den rest behalten hier mal für tätigungseffekt geist gegenstandsbilanzanbieter ich lieber sprint erhöhte ausdauer die gescheite sachen haben gescheit hast du gehört gescheit yeah cool also alter da haben wir 13 elixiergrad bekommen habe ich da gerade etwa richtig gesehen so und jetzt müssen wir mal kurz gegenstände anschauen da haben wir doch irgendetwas bekommen ei 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 das benutzen wir natürlich alles so wir haben hier irgendwas komisches bekommen ruft ein schutzgeist weiter weiter für kurze zeit deine feinde eingreifen cool jokai räucherwerk lockt jokai an nummer wo haben wir diesen komischen gegenstand noch irgendwas seltsames bekommen ach warte mal das bestimmt so ein gegenstandsherstellungsmaterial dinge oder wir haben ein dämonenhorn waffen 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 so jetzt gehen wir stufenaufstieg machen so dann machen wir was gibt uns magie ein bisschen leben und so magiekraft zeugs komm 1 können wir natürlich dazu mal machen so was kriegen wir bei körper viel dingens viel das und samurai fähigkeitspunkt bei herz bekommen wir natürlich auch leben key und angriffsschaden ausdauer bekommen wir auch einiges an leben samurai fähigkeitspunkt stärke bekommen wir leben schaden key impuls samurai fähigkeitspunkt fähigkeit bekommen wir viele 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 die geschicklichkeit sollten wir eigentlich auch mal ein bisschen machen oder komm das machen wir jetzt so super klasse so rudama erhalten jetzt schauen wir mal nein da fehlt uns noch einer oh nein wir haben nicht genügend gold schade waffen schmied iraschai schmieden seelenbild verstehe ich eh nicht verstehe ich nicht schmieden schmieden uralte texte so warte mal schmieden scharfsinn des taktikers alles müll müll in müll in müll neuschmieden oder oder warte mal nein nein ich will doch weitermachen oh mano guck mir mal was können wir kaufen kaufen ui alter das ist ja super gut was die da hat legt mich am arsch mensch mensch doch wir haben hier auf jeden fall alle und wir verabschieden uns trotzdem und sehen uns das nächste mal bei let's play nio ciao ciao